hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder stürme und heute gibt es das champions league oragel kladbach gegen donitzk und bayern gegen rb salzburg ja also gestern hat dortmund gewonnen und links hat einen augenblick also dort unter 30 geworden und leipzig hat leider verloren gegen paris 10 ja heute wieder hier mit den champions league stickern und da würde ich sagen wir starten auch direkt rein und los geht's auf geht's in die erste halbzeit so ich mal gespannt wir haben hier brauchen wir nicht dann haben wir hier jubel dann haben wir hier douglas costa meist bei den bayern aber wartet mal er spielt ja bei den bayern also hole ich den auch also 1 zu 0 für die bayern dann haben wir hier den nächsten sticker machen wir hier hin und seht ihr noch besser dann haben wir jetzt zenith dann haben wir hier manchester united wir haben hier manchester city wir haben hier lokomotiv moskau ist doch um stimmen ist der lokomotiv moskau oder ich schaue schnell also lokomoskau und da haben wir das 1 zu 0 für kladbach durch kramer und dann haben wir hier noch von porto das war das erste sticker tüten und willkommen zum zweiten und wir kommen zum ende der ersten halbzeit mal gespannt was jetzt kommt oh ich habe ein stickers verrissen ja moin da seht ihr es naja ok das hasse ich dran ok kann ich wegschmeißen so da haben wir hier club logo wir haben hier der delikt von jure und da haben wir das 1 zu 1 für donetsk so da haben wir jetzt zenith wir haben hier ein atletico spieler dann haben wir hier paris hua bernard bernard ist schuld dann haben wir schon wieder lokomoskau dann haben wir hier kladbach und da ist das 2 zu 1 für kladbach und da haben wir hier das kann ich nicht erkennen welches team das ist dann müsste ich mal gucken ah das ist mit die mitte land oder wie das heißt und das war es mit der ersten halbzeit ja also im spiel kladbach gegen donetsk steht 2 zu 1 und bayern salzburg 1 zu 0 und wie immer gibt es jetzt hier meine tipps mein tipp kladbach gegen donetsk 3 zu 0 und bayern gegen salzburg 4 zu 1 ja ihr könnt ihr gerne eure tipps unten in die kommentare schreiben und ja dann würde ich sagen es geht weiter mit der zweiten halbzeit und wir machen die sticker hier wieder richtig zack 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 und ja jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen ja dass ich nicht nochmal den sticker kaputt mache wäre schade das ist wenn man zwei verschiedene sticker hier im tüten hat dann kann das mal leicht passieren so wir hätten hier man city wir hätten hier atletico zack real madrid intermailand glaube ich oder ja dann hier der nächste club bis jetzt passiert noch nichts leider porto ja also aus diesem tüten kommt leider nichts für die zwei spiele hier und wir kommen zum letzten sticker tüten der muss es entscheiden mal schauen wir haben hier wieder state rennes dann haben wir ja auch hier sind wieder alles verdreht wir haben hier scherzi wir haben hier barca wir haben hier ja ajax wir haben hier Chelsea club brücke marese und wir haben hier Leipzig und somit ist es vorbei ja das Orakel endet hier Gladbach gegen Donetsk 2 zu 1 so und Bayern gegen Salzburg 1 zu 0 ja also wie gesagt, schreibt eure Kommentare und eure Tipps in die Kommentare und dann würde ich sagen lasst noch ein Abo da aktiviert die Glocke, dass ihr nicht mehr verpasst und lasst ein Like hier auf dieses Orakel da und dann würde ich sagen bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen